Wer kennt es nicht? Arbeiten an und auf vielbefahrenen Straßen und in Problemen und Risiken für das Personal und die Messausrüstung. Das muss nicht sein. Mit einer Trimble SX-12 Laser-Scanning-Totalstation ist die Aufnahme vom sicheren Randstreifen schnell und einfach möglich. Es ist keine teure und aufwendige Absperrung mehr notwendig und niemand muss das Risiko eingehen, die Fahrbahn für die punktuelle Erfassung zu betreten. Prüfen Sie die erfasste Punktwolke direkt vor Ort und dokumentieren Sie den zu erfassenden Bereich mit hochauflösenden Bildern. Durch den flächenhaften Scan stehen genug Informationen zur Verfügung, um im Büro alle relevanten Objekte zu entnehmen. Sie möchten punktuell noch Objekte ergänzen? Dann nutzen Sie dazu die reflektorlose Messung oder arbeiten Sie mit der Trimble SX-12 im Robotik-Modus. Alle erfassten Daten stehen gemeinsam für die Auswertung zur Verfügung und das direkt ohne zusätzliche Registrierung oder Nachbearbeitung. Nutzen Sie für die Auswertung die automatisierten Möglichkeiten von Trimble Business Center und lassen Sie die Software Randsteinkanten, fahrbaren Markierungen, Bäume und Masten schnell und einfach erstellen. Schützen Sie, was am wichtigsten ist und nutzen Sie die Möglichkeit einer Trimble SX-12. Sie möchten weitere Informationen zu Trimble SX-12? Dann informieren Sie sich unter alnav.com oder sprechen Sie das Team der Alnav an. Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie!